hey leute und willkommen zu einer neuen runde minecraft badwars mit mir dem torben wir spielen heute auf dem map empire größe 4x3 und hier steht ein schild jump and run das ist neu ok und ja jetzt ist man wieder badwars an der reihe zweimal hintereinander jetzt sollen wir jetzt direkt hintereinander schon wieder wollte ich gerade eigentlich sagen und so also mit einem tag pause nur das war eigentlich ganz gut jump and run jump and run start ja nee irgendwie nicht naja gut da hat sich wohl irgendwas verändert das ist neu würde ich mal behaupten so ok wir spielen badwars leute in team gelb ok grün ist alleine nice das ist irgendwie wieder typisch aber ok jetzt haben wir sechs bronze davon können wir uns nicht viel kaufen und sieben hatten wir sogar ich kann das gerade irgendwie nicht so gut sehen so ist besser so ist besser so jetzt kann ich mich auch wieder ein bisschen kleiner machen und er ist runter gefahren naja ich kann halt dieses mit dem sneaker noch nicht so richtig nur wisst ihr ja auch so dass jetzt gerade kurzes standbild in der luft hatte ich da kommen wir her bronze 15 das ist doch schon besser oder oder nicht sehen wir uns hier noch vier und kaufen uns davon noch eine spitzhacke dann können wir direkt raschen was auf der map empire ganz cool ist solange man das im bett noch nicht eingebaut hat kann man nämlich ordentlich raschen ok es wird zeit für den bogen liebe freunde ist vielleicht im endeffekt dann doch wichtiger das bett von team blau wurde schon von einem von uns zerstört das ist schon mal sehr nice und wir haben einen bogen was auch sehr nice ist damit ist die runde eigentlich schon quasi gewonnen also zumindest ist der grundstein gelegt so sehr easy sehr easy perfektes team heute am start anscheinend das freut mich doch leute ich habe kein thema anzusprechen wie immer wonderful oder ich hoffe es macht euch nichts aus ok auf mich wird geschossen ich habe den einen blauen sehr gut was gibt es zu sagen ich weiß es gar nicht außer dass ich wieder versuche täglich videos zu bringen gleich gehe ich ins kino was mache ich sonst noch nothing eigentlich alter aber ich muss unbedingt mal wieder zum friseur in meiner haare werden viel zu lang fahren ich kann die gar nicht mehr richtig hoch machen das sehe ich in der fans kann ich kriege es einfach nicht mehr hin die sind mir zu lange jetzt da brauche ich brauche ja ein schwert da muss ich echt mal wieder hin so da take this gold to make gold willst du mich vielleicht nicht mehr in die mitte lassen sonst so das andere team hat so ein bisschen er macht das bett von den kaputt perfekt danke that's a dream oh nein er schießt er schießt er wird schießen holy crap der geht knapp an mir vorbei aber ich habe überlebt würde ich mal behaupten ich bin ja jetzt sogar equipped was will man denn mehr rot eher blau kommen die kriegen wir doch von hier oder oder er kommt verziehe ich bitte bitte verziehe ich schnappen wir uns noch das gold hier er hat nämlich auch einen von uns tatsächlich getötet dieser dde dde man und damit ist er tot ein glückstreffer würde ich mal behaupten aber sicher bin ich mir da nicht aber es ist ja egal hauptsache tot ne so jetzt mal hier wieder boss beim prima damit ist der voll von rot weg du kommst ja auch nicht durch er schreibt einfach immer dem moment auch blau boss beim israel wie geil also ich auch geboren habe aber leider ist der blau oder blau äh schon gestorben ja jetzt machen wir auch nochmal boss beim israel kuschkusch kuschkusch so sehr gut mal gucken ob wir da irgendwie rein gespammt rein spammen können wollte ich natürlich sagen ok ja komm her so kriegen wir hin oder oder nicht noch einmal ihn da töten ok der nächste der kommt halt zack na komm bleib weg bleib mir vom hals ich sagte bleib mir vom hals so bauen wir uns mal eiskalt hier hoch würde ich einfach mal sofort upsala ja das war äh sinnvolle blockverschwendung lieber torben so macht man das bei profis ja verzieh dich doch bitte so die frage ist wer kauft sich jetzt was das ist äh die frage die ich mir stelle weil hinterher kauft sich einer von den blöcke und so ein kack und so ein rückschuss stock vor dem habe ich den meisten respekt ok jetzt kann ich loslegen bäm 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 ok noch einmal muss ich mir hier den weg irgendwie ich habe keine blöcke mehr oh das ist mies ja äh dann kann ich hier nicht viel machen eigentlich weil die haben das pretty gut eingebaut ja bleibt mir jetzt vom hals hier oh nein hat der erste gleich ein schwert oder ne sie holen sich einfach keins ist vielleicht ein bisschen dämlich aber sie gehen mir halt auch schon so richtig auf den sack ey ich muss hier mal die blöcke ab kann ich nicht wow ja was soll ich denn machen wenn die mich zu dritt attackieren hier ich brauche immer unterstützung leute nice auf grün schreibt er als ob sie das gerade ernsthaft machen oder sie machen anscheinend ein zweier team und lassen mich hier außer acht man und dann wird er auch noch getötet ach ich fasse es nicht ich fasse es nicht Leute so torben holt sich jetzt meine equipment dann macht er das hätte ich noch blöcke gehabt aber habe ich auch gar nicht so dran gedacht ne ne moment haha wir haben dazu gelernt so die haben sich mit mir angelegt richtig haben sie doch oder haben sie ne rüstung wollte ich mir noch kaufen habe ich schon richtig ja dann war es das so so welches team hat sich nochmal mit mir angelegt hm also team rot war das meines wissens nacht so lass mich mal kurz hier drauf springen bitte ich habe da was zu erledigen ich habe da was zu erledigen hey team red hey team red so ok jetzt hilft mir der eine wenigstens hier noch ok easy ich baue mich hier durch so wir haben dazu gelernt nämlich hier oh lol er konnte mich einfach noch da durchhitten was ein easy chiller kann man mir mal beantworten warum ich das gerade gleichzeitig abbauen konnte konnte ich gar nicht ne aber die animation kam halt so so hier komme ich auch wieder raus wunderbärchen so zu zweit läuft es dann doch der holt jetzt zwar unser team da äh unser team unser bett oder macht er nicht rente wir haben gewonnen das war unerwartet gg ja leute es war doch eine schöne kleine runde mit einem guten team also ja man kann nicht mehr kann ich fand das team ganz gut bis auf die eine aktion aber sonst war es echt gut ich hoffe es hat euch ebenfalls gefallen lasst doch mal ein like da wenn es euch gefallen hat und abonniert um nichts zu verpassen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder liebe leute haut da rein und ciao und